Führerraum besetzt Die Fahrdienstleitung an 886 bitte kommen 886 hört Guten Morgen, heute steht eine Linienfahrt an Du fährst in IC 886 München, Hamburg-Altona bis zum Hamburger Hauptbahnhof und hältst unterwegs in Lüneburg und Hamburg-Harburg Kein Rhein in Uelzen Zugbeeinflussung AFB 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 Zipha 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Hier die Fahrdienstleitung an 886, bitte kommen. 886 hört. Ich sehe, du bist gleich da. Die Ablöse war dann auch schon am Bahnsteig. Hast du eine gute Fahrt gehabt? Ja, alles bestens. Sie fahr. Trainer. Bier. Ja. Bier. Dann haben wir eine aus der Verkaufsgerichte. Und jetzt weiß ich, was du kriegst, ist es, ich habe hier. Die Hände. Die Hände. Die Hände. Darf mal. Die Hände. Die Hände. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zugbeeinflussung ZDF, 2020 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 Zugbeeinflussung Zugbeeinflussung Sie fahr Zugbeeinflussung Zwangsbremsung Sie fahr Türen geöffnet